Hallo meine Lieben, ich freue mich euch wieder begrüßen zu dürfen und möchte heute wunderschöne, romantische, rosa Smoky Eyes schminken. Ihr braucht für diesen Look die Warm Nutress Palette von Sigma, die Link zur Palette gibt es natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Vor allem kann man dieses Make-up zum baldigen Valentinstag tragen und ist somit der absolute Hingucker beim Date. Oder wenn ihr kein Date habt, dann eben bei der Party. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Zuerst prime ich mein Gesicht mit dem Perfect Face Primer von P2. Dadurch hält das Make-up länger und ich sehe den gesamten Abend immer wie frisch geschminkt aus. Als Eyelid Base nehme ich die Put-A-Lit On-It Base von The Balm. Damit verläuft mir der Lidschatten nicht in die Lidfalte und die Farben strahlen intensiver. Zusätzlich zur Eyelid Base trage ich den Creme Lidschatten Pink Gold aus der Color Tattoo Serie von Maybelline auf mein bewegliches Lid auf. Dieser Schritt ist jedoch absolut optional. Wir beginnen mit der Lidschattenfarbe Cinnamon und tragen sie mit dem Sigma E35 Pinsel entlang der Augenhöhle auf. Danach trage ich die Farbe Innocent mit dem Sigma E55 Pinsel auf das komplette bewegliche Lid auf. Mit dem Pencil Brush von DaVinci trage ich die Farbe Optimistik am Außenwinkel meines Lids auf. So, jetzt intensivieren wir das Augenmake-up mit Russet, einer dunkelvioletten Lidschattenfarbe und tragen diese mit dem kleinen Pencil Brush von BH Cosmetics auf. Am besten kreiert ihr den Smoky Effekt, wenn ihr am Außenwinkel ein kleines Dreieck malt. Es ist auch nicht schlimm, wenn ein paar Pigmente runterfallen. Die entferne ich einfach mit einem großen Puderpinsel und danach verblende ich alles miteinander und nutze den Sigma E25 Pinsel. Und für richtig schöne, atemberaubende Smoky Eyes verblende ich nochmal mit dem Sigma E35 Pinsel. Da kann auch ruhig noch ein bisschen Cinnamon Farbe drauf sein. Das ist gar kein Problem, das wirkt sogar noch besser und verblende dann nochmal. Im Anschluss highlighte ich unter den Augenbrauen mit Sugarmilk und den E70 Sigma Pinsel. Kommen wir zum unteren Wimpernkranz, den verschönere ich nun mit Dove und da ist diesmal nicht die Creme gemeint, sondern eine schöne Lidschattenfarbe aus der Palette und ich trage sie mit dem Bedellium Pinsel Nr. 772 auf. Wir bleiben auch gleich beim unteren Wimpernkranz und umranden die Wasserlinie mit dem Smoky Eyes Stift von Catrice. Dann ziehe ich den Lidsstrich mit dem Superfine Eyeliner von Essence. Jetzt werden die Wimpern kräftig mit den Kolossal Mascara von Maybelline getuscht, somit sorgt ihr für einen schönen Augenaufschlag beim Date oder eben bei der Party. Nun kümmern wir uns um die Gesichtshaut. Kleine Marke verdecke ich mit der Perfect Match Foundation von L'Oreal und Augenringe kaschiere ich mit dem passenden Concealer dazu. Danach festige ich alles mit dem wasserfesten Superstay Puder von Maybelline und trage es mit dem Kabuki Pinsel in meinem gesamten Gesicht auf. Danach festige ich alles mit dem wasserfesten Superstay Puder von Maybelline und trage es mit dem Kabuki Pinsel in meinem gesamten Gesicht auf. Wichtig bei jedem Makeup sind auch die Augenbrauen und aus diesem Grund bringe ich sie mit dem Eyebrow Pencil von Catrice in Form. Für eine natürliche Fülle in den Augenbrauen sorgt das Eyebrow Stylist Set von Essence. Jetzt konturiere ich noch mein Gesicht mit dem Hoola Bronzer von Benefit. Zum Auftragen nutze ich meinen Real Techniques Pinsel und gebe das Produkt unter meinen Wangenknochen, entlang des Gesichtsrandes und auf den Nasenflügeln. Nun folgt das Highlighten des Gesichtes und dafür nehme ich den Merrill Luminizer von The Balm und trage ihn unter den Augen am höchsten Punkt der Wangenknochen mit dem Puderpinsel von Essence auf. So, ein bisschen Rouge fehlt nur noch im Gesicht, dafür nutze ich eins, was mal in der Glossybox war und es hört auf den Namen Nika K. Für unseren Valentinstagslook habe ich mir gesagt, ich trage einen natürlichen Lipgloss auf die Lippen auf und der von Urban Decay strahlte mich so schön an, deswegen soll es heute mal dieser sein. Und schon sind wir fertig und ihr seid startklar für euer Valentinstagsdate. Ich persönlich liebe solche Zartrosa Looks und die Warm Nutress Palette beinhaltet eben genau solche schönen Farben. Sie ist aber nicht nur für Date Looks, sondern auch für natürliche Everyday Makeups geeignet. Also ich liebe diese Palette, obwohl sie leider nicht allzu viele matte dunkle Lidschatten beinhaltet. Aber tolle Augen Makeups kreiert man mit dieser Palette kinderleicht. Ich hoffe euch gefällt der Look und ihr habt einen wunderschönen Valentinstag mit euren Liebsten. Und ansonsten eben eine tolle Partynacht mit euren Mädels. Bis dahin, bye und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.